Herzlich willkommen zu dieser Einheit, in der ich Ihnen zwei Zusatzstudiengänge präsentiere, die Sie hier in Bayreuth studieren können, wenn Sie in Bayreuth Staatsexamenjura studieren oder wenn Sie in Bayreuth den LLB Recht und Wirtschaft studieren. Wir sind der Auffassung, dass die moderne Juristin von morgen nicht nur zentrale Kompetenzen im juristischen Bereich haben muss, sondern dass es auch wichtig und hilfreich ist und dass es für Sie ein zusätzliches Asset, eine zusätzliche Auszeichnung ist, wenn Sie Ihren späteren Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern oder selbst auch wenn Sie selbstständig sind, Ihren späteren Mandantinnen erklären können, dass Sie nicht nur hervorragende Juristin sind, sondern auch Kompetenzen in technischen Bereichen haben. Wer bin ich in dieser Funktion hier? Ich bin der Studiengangsmoderator dieses Studiengangs, Michael Grönberger, Professor für bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Technikrecht und da sehen Sie schon, gibt es die Affinität zu diesen Bereichen hin. Ich unterrichte Patentrecht, das ist eine Schnittstelle zwischen Recht und Technik. Ich unterrichte Technikrecht für Wirtschaftsingenieure und ich befasse mich in meiner Forschung sehr intensiv mit den Rechtsfragen der Digitalisierung, dass es also auch nahe lag, dass ich dieses Zusatzstudiengang, was Recht und Digitalisierung betrifft, hier moderiere. Ich möchte mit Ihnen in den nächsten ca. 20 Minuten, 30 Minuten fünf Punkte kurz klären. Warum überhaupt ein Zusatzstudium? Was sind die beiden Zusatzstudien? TWZ und DIGIZ? Was müssen Sie mitbringen, um das erfolgreich und auch für Sie mit Freude zu absolvieren? Was bringt es Ihnen? Was haben Sie davon, wenn Sie das tun? Zentrale Frage. Und dann schließlich, wann müssen Sie hier irgendwelche Entscheidungen treffen? Läufen irgendwelche Fristen oder muss man sich hier entscheiden. Das alles würde ich gerne in der nächsten Zeit mit Ihnen besprechen. Warum TWZ? Warum DIGIZ? Warum überhaupt ein Zusatzstudium neben dem Jurastudium? Sie sind Studierende oder potenziell Studierende, die allein schon dadurch, dass Sie sich an einem Samstag Zeit nehmen, hier zuzuhören, interessiert, aufmerksam sind und sich genau überlegen, wo Sie Ihre Zeit, Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Ressourcen investieren. Und genau das sind die Studierenden, die ich gerne habe. Das sind nämlich auch Studierende, die wissen, dass in einer global vernetzten Welt, und diesen Stichwort, das kann man gar nicht oft genug betonen, was globale Vernetzung bedeutet, Vernetzung nämlich nicht nur, was globale Wirtschaftsströme betrifft. Vernetzung auch, was Digitalisierung betrifft, da ist das zentrale Element der Vernetzung ja schon im Begriff drinnen. Und schließlich auch, was sonstige technische Hintergründe betrifft. In einer solchen Welt ist die moderne Juristin, der moderne Jurist von morgen, mehr gefragt als in der Vergangenheit. Ihr Job ist es in Regulierungsbehörden, beispielsweise der Bundesnetzagentur, im Bundeskartellamt, in den Fachministerien auf Länder- oder Bundesebene, in Rechtsanwaltskanzleien, seien es internationale Großkanzleien, seien es spezialisierte Boutiquen, im Unternehmen, wenn Sie in einer Rechtsabteilung eines Unternehmens sind oder wenn Sie die Rechtsabteilung des Unternehmens sind und schließlich bei Gericht, wenn Sie über entweder im Verwaltungsgericht, wenn Sie über bestimmte Entscheidungen treffen müssen, was Anlagenbau betrifft, was die Genehmigung von bestimmten technischen Vorhaben betrifft oder wenn Sie im Zivilrecht sind und möglicherweise dort über Kartellrecht, über Plattformen entscheiden müssen, über Rechtsfragen der Digitalisierung. In allen diesen Aspekten wird es für Sie zentral sein, nicht nur, Jura gut zu beherrschen. Das ist immer das Wichtigste. Alles, was ich heute sage, bedeutet Jura müssen Sie gut sein. Aber wenn Sie neben einer guten juristischen Kompetenz auch noch zeigen können, dass Sie Kompetenzen im Bereich der Technik haben, im Bereich der Informatik, der Digitalisierung haben, dann sind Sie besser in der Lage, die Herausforderungen von morgen zu leisten. Der zentrale Punkt, um den es hier geht, ist, dass wir in einem solchen Zusatzstudium Sie mit anderen Disziplinen kombinieren, Sie anderen Denk- und Sprachrichtungen von Disziplinen aussetzen, Sie ihnen einfach zeigen, wie denkt eine Ingenieurin, wie denkt ein Informatiker, welche Probleme werden dort wie angesprochen, dass Sie im Dialog und so funktioniert, vor allen Dingen in Unternehmen, vor allen Dingen in Regulierungsbehörden, vor allen Dingen in Ministerien, so funktioniert später Ihre berufliche Praxis, dass Sie in Teams dafür zuständig sind, als Juristin die rechtliche Lösung abzubilden, dass Sie sagen, Moment mal, ich würde jetzt gerne diesen wunderbaren Algorithmus einsetzen. Ich habe da ein interessantes Tool, mit dem ich ganz viele Praktikerstellen, die ich habe im Unternehmen, über eine KI-Methode, so die Leute auswählen kann, dass ich dann die Besten kriege. Dann müssen Sie die Juristin, die Sie sagen, ja, schön, aber dann müssen wir uns das mal genauer anschauen, dass dieses System, das wir einsetzen, nicht diskriminiert. Und dann müssten Sie, um das zu tun, eine Grundahnung davon haben, wie solche algorithmischen Entscheidungssysteme funktionieren. Es geht also genau darum, Sie noch besser, als wir es bislang schon getan haben, Sie auf diese Aufgaben einer vernetzten Industrie- und Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts vorzubereiten. Das zentrale Aspekt ist das Verständnis für die Arbeitsweise von Leuten aus anderen Disziplinen, damit Sie die Fähigkeit erlernen, die Probleme zu erkennen, worüber spricht die eigentlich? Dass man weiß, was ist denn eigentlich deren Problem, was ich lösen soll? Dass Sie dieses Problem technisch und juristisch einordnen können und dass Sie dann gemeinsam im Team diese Lösungen, die Sie entwickeln, diskutieren können. Dass Sie also mit den juristischen Lösungen kommen und sagen, funktioniert das so und so? Wie funktioniert das bei euch, wenn wir diesen Algorithmus verändern? Können wir das beispielsweise bei einer chemischen Anlage, können wir die Anlage so konstruieren, dass bestimmte Sicherheitsvorschriften so eingehalten werden oder müssen wir hier strengere Vorgaben treffen? Das ist das, was Ihr zentraler Job als verantwortungsvolle Juristin ist. Zwei Beispiele dazu. Ein Beispiel aus dem TWZ, dem technisch-wissenschaftlichen Zusatzstudium. Das ist ein Fall gewesen, der sich vor einigen Jahren abgespielt hat. Das ist ein Chemie-Reaktor zur Erzeugung eines Medizinadditivs. Das sind Stoffe, die in Treibstoffe hinzugefügt werden, damit die Motoren besser funktionieren. Die ist da plötzlich explodiert. Und jetzt können Sie sich vorstellen, da entstehen eine ganze Reihe von Sach- und Personenschäden und die zentrale Aufgabe des Rechts wird es sein, das werden wir heute in der Probe vorlesen und nachher sehen, hier diesen sozialen Konflikt zu lösen. Es muss also klären, wer ist dafür einerseits strafrechtlich verantwortlich, möglicherweise vorsatz- und fahrlässig, wer ist dafür zivilrechtlich verantwortlich, wer muss also hier Schadensersatz leisten, sowohl wegen der Verletzung von Eigentum, von Personen und möglicherweise, wenn es hier zur Unterbrechung von Lieferketten kommt, muss man auch den Abnehmern, den vertraglichen Abnehmern Schadensersatz leisten. Um hier diese Fragen beantworten zu können, kommt es ganz zentral darauf an, was war denn die Ursache. Wir werden sehen, gerade im Schadensersatzbereich macht 123, spielen solche Ursachenermittlungen eine wichtige Rolle. Da sind Sie auf Sachverständige angewiesen, das können Sie nicht alleine machen, aber Sie sind besser in der Lage, Sachverständige zu befragen, das Gutachten von Sachverständigen einzuschätzen, wenn Sie ein bisschen Ahnung davon haben, wie hier eine solche Verfahren, welche Voraussetzungen es in Verfahrenstechnik aus der ingenieurwissenschaftlichen Sicht gibt. Das können Sie besser machen als ohne. Zweites Beispiel aus dem Bereich der Digizet. Sie erleben gerade, das ist eines der interessantesten, schnellsten, aufregendsten Gebiete, die wir zurzeit erleben, vor allen Dingen auf dem Bereich der Europäischen Union. Die Europäische Kommission hat hier Vorschläge gebracht, wie Artificial Intelligence, der deutsche Begriff ist ein bisschen noch problematischer, wie Artificial Intelligence besser formuliert, algorithmische Entscheidungssysteme, wie wir die regulieren können. Hier sehen Sie ein Modell, wie solche algorithmischen Entscheidungssysteme grundsätzlich funktionieren. Wenn Sie das als Juristin, sei es im Unternehmen, sei es als Regulierungsbehörde, sei es später als Gericht, wenn Sie beispielsweise über eine solche Diskriminierungsklage entscheiden müssen, dann müssen Sie in der Lage sein, diese Funktionsweise zu verstehen. Dann müssen Sie einen Blick auf diese Folie werfen können und genau einordnen können, okay, das sagt mir was, ich kann mir vorstellen, wie dieses Modell funktioniert. Es geht also genau darum, Ihnen Kompetenzen zu vermitteln, mit denen Sie in die Lage versetzt werden, diese Entscheidungen zu treffen. Warum jetzt gerade TWZ und Digizet? Zweiter Punkt. Ich gebe Ihnen erstmal eine Antwort aus juristischer Perspektive und ich mache das auch hier wieder mit einem Beispiel, weil Beispiele in der Hinsicht aussagekräftig sind. Sie kennen das große Problem der Erderwärmung. Ein zentrales Problem, das wir haben und es gibt verschiedene Technologien, die entwickelt worden sind, den CO2-Ausstoß, wenn wir ihn nicht schnell genug begrenzen können, so zumindest so zu behandeln, dass er nicht in die Atmosphäre abgeleitet wird. Und eine dieser Technologien ist die die Kohlendioxid-Speicherung in entweder leer geförderten Kohlekraften, Kohlebergwerken, in leer geförderten Gasfeldern. Das Entscheidende ist also, da wollen wir Kohle und da wollen wir Gas waren, da soll jetzt das komprimierte CO2 rein und für die nächsten hunderte oder tausende von Jahren drin ruhen, damit es nicht in die Erdatmosphäre kommt. Damit wir uns klar verstehen, das ist natürlich nicht die Lösung der Klimakrise des 21. Jahrhunderts, sondern es ist vielleicht ein Element in bestimmten Konstellationen dafür zu sorgen, dass wir bestimmte Maßgaben schneller erreichen können. Eine solche Kohlendioxid-Speicherungsanlage bringt Risiken mit sich, führt das zu tektonischen Verwerfungen, könnte das dazu führen, dass auf dem Obergrund möglicherweise Risse in Häusern entstehen etc. Das sind alles Fragen, die man als Juristin klären muss und hier ist es sehr sinnvoll wiederum, wenn ich etwas von Verfahrenstechnik verstehe. Zweites Beispiel. Das ist ein Artikel aus der Frankfurter Allgemeine Zeitung, schon ein bisschen älter, das Thema ist aber nach wie vor brandaktuell. Wir setzen in, wir ist gut, Privatunternehmen, beim Staat ist es in Deutschland noch sehr zurückhaltend, Gott sei Dank, aber Privatunternehmen setzen zunehmend Gesichtserkennungssoftware ein und wir wissen mittlerweile aus einer ganzen Reihe von empirisch durchgeführten Studien, dass diese Gesichtserkennungssoftware einen Racial Bias hat. Das ist nicht bewusst rassistisch programmiert, aber sowohl die schlechten Datenquellen, wie auch die bestimmte Programmierung der Systeme, wie auch die schlechten Trainingsdaten, die wir haben, ich habe historisch schlechte Daten und ich habe schlechte Trainingsdaten, führen dazu, dass sich in ADM-Systemen bestimmte rassistische strukturelle Muster durchsetzen. Und das ist in einer Gesellschaft, die es sich zur Grundaufgabe gemacht hat, Formen von Rassismus nicht zu dulden, ein Problem. Und das Entscheidende ist, wir können aber nicht ohne weiteres auf ADM-Systeme verzichten, weil die tatsächlich in vielen Fällen extrem hilfreich, extrem sinnvoll und sehr ökonomisch gesprochen effizient sind. Unsere Aufgabe ist es also, zusammen mit Informatikerinnen hier dafür zu sorgen, dass diese Systeme von Anfang an so konstruiert und gedacht werden, dass sie zentrale rechtliche Gebote wie das Gebot der Nichtdiskriminierung implementieren. Wenn sie hier also diese Implementation bereits auf der ersten Stufe wollen, müssen sie in der Lage sein, mit den Informatikerinnen, Wirtschaftsinformatikerinnen, die diese Systeme designen, zu reden, mit ihnen zu sprechen und deren Sprache zu verstehen, damit sie genau wissen, wo können wir hier im Systemdesign ansetzen. Was sind denn also TWZ und DIGIZ? Das sind Zusatzstudiengänge. Sie können diese Studiengänge nicht als Standalone-Programm absolvieren. Sie können sie nur studieren, wenn Sie hier in Bayreuth entweder Staatsexamenstudiengängen Jura machen oder den LLB Recht und Wirtschaft. Sonst können Sie das nicht machen. Das ist also eine zentrale Eingangsvoraussetzung. Sie müssen bei uns Jura oder LLB studieren. Dann können Sie die Zusatzstudiengänge machen. Sie sind also ein Add-on und ganz bewusst auch so ausgestaltet. Die Prüfungen finden in jedem Semester nach jeder Vorlesung statt. Es gibt also im Regelfall vier bis fünf Vorlesungen pro Semester, die Sie nicht alle besuchen sollten, weil Sie ja das ganze Studium über Zeit haben. Sie haben Regelstudienzeit inklusive des Examens. Für Jura ist beispielsweise fünf Jahre. Für den LLB ist es drei. Beim LLB müssen Sie sich ein bisschen mehr Zeit geben. Das geht aber auch, während bei Jura Sie sehr viel sonst zu tun haben. Deswegen haben wir da ein bisschen mehr Zeit. Sie haben also das ganze Studium über Zeit, hier die Vorlesungen zu besuchen und nach jeder Vorlesung eine Klausur oder mündliche Prüfung abzulegen. Schauen wir uns mal die Gemeinsamkeiten und ein bisschen Unterschiede an. TVZ, das Technikwissenschaftliche Zusatzstudium. Das sind zehn Vorlesungen. Fünf werden in jedem Semester angeboten. Wenn Sie also zehn Semester studieren, beispielsweise, das ist die Regelstudienzeit, dann haben Sie die Möglichkeit, eine Vorlesung pro Semester zu hören, schreiben eine Prüfung mit und haben dann am Ende das TVZ. Das sind alles Kolleginnen und Kolleginnen der Fakultät für Ingenieurwissenschaft, die hier diese Vorlesungen unterrichten. Und von den zehn Vorlesungen sind neun, eine ist ein bisschen gemischt, aber neun sind nur für Sie da. Da sitzen keine Ingenieure drinnen, sitzen keine sonstigen Leute drinnen, sitzen nur Jurastudierende drinnen, die sich für diese Sachverhalte interessieren und die Dozierenden können deshalb ganz spezifisch auf ihre Bedürfnisse eingehen. Das ist der ganz zentrale Vorteil dieses Programmes. Wir haben das maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse. Es wäre nämlich total falsch, wenn ich Sie in eine Vorlesung stecken würde, wo Ingenieure drin sitzen. Die müssen sehr viel mehr in Mathematik können, als Sie es können. Das geht nicht, das wäre sinnlos. Deswegen haben wir dieses eigenständige Programm nur für Sie geschaffen. Das ist der große Vorteil des TVZ. Das Programm ist deutschlandweit einzigartig. Das gibt es so oder in ähnlichen Formen nirgendwo anders. Das Digizet besteht im Minimum aus sechs Lehrveranstaltungen. Die sind etwas unterschiedlich vom Umfang und vom Arbeitsaufwand, deshalb unterscheidet sich das vom TVZ. Sie haben mindestens fünf Wirtschaftsinformatik-Vorlesungen und eine, mindestens eine, Sie können aber auch mehr machen, eine juristische Vertiefungsveranstaltung. Wo Sie also das, was Sie vorher in Informatik gelernt haben oder Wirtschaftsinformatik, wo Sie die juristische Dimension des Problems kennenlernen. Hier haben wir also, die TVZ ist klar ingenieurwissenschaftlich aufgelegt, zehn ingenieurwissenschaftliche Vorlesungen. Die Digizet ist fünf zu eins, fünf Vorlesungen als Wirtschaftsinformatik und Informatik, kombiniert mit einer juristischen Veranstaltung, wo Sie hier die juristische Dimension von Digitalisierung sehen. Ein Blick nur auf die Grundlagenfächer im TVZ und die Vertiefungsfächer. Das sind diese zehn Veranstaltungen. Beispielsweise sehr spannend Biotechnologie und Toxikologie. Toxikologie ist die Lehre von den Giftstoffen. Beispielsweise sehr schön auch die Werkstoffkunde. Da lernen Sie beispielsweise, welche Eigenschaften bestimmte Stoffe haben. Das ist später sehr wichtig. Beispielsweise nehmen wir an, Sie wären in einem Unternehmen der metallverarbeitenden Industrie. Dann ist es wichtig, dass Sie dort, wenn Sie dort in der Rechtsabteilung sitzen und für die Produktsicherheit verantwortlich sind, dass Sie wissen, welche Eigenschaften überhaupt die Stoffe haben, die mein Unternehmen herstellt. Das lernen Sie dort in dieser Veranstaltung. Es sind zehn Veranstaltungen, die alle voneinander unabhängig sind. Sie können die also besuchen, wann und wo Sie wollen. Keine baut aufeinander auf. Die vier Ersteren sind zentral aus der Sicht der Ingenieurwissenschaft. Die muss jeder Ingenieur kennen. Aber die sind nicht aufeinander aufgebaut. Im Digizet, wenn Sie hier die ersten fünf sehen aus der Wirtschaftsinformatik und Informatik, die allerwichtigste ist die Einführung in die Informatik. Die wird immer im Wintersemester angeboten, dass Sie tatsächlich eine Möglichkeit in das Bekommen eingeführt werden. Das ist eine Veranstaltung, die angeboten wird für alle Nicht-Informatik-Studiengänge des Campus. Da sitzen Sie also nicht alleine drinnen, aber da sitzen Sie nur mit Leuten drinnen, die selbst nicht Informatik studieren. Also genauso wie Sie. Dann haben wir eine weitere Vorlesung Grundlagen der Wirtschaftsinformatik. Das ist sozusagen für uns ein Wirtschaftsinformatik-Studiengänge, den wir gerade konzipieren. Auch da sitzen Sie mit Anfängern dieses Studiengangs drinnen, die ganz am Anfang sind, sodass Sie hier auch einen gemeinsamen Start haben. Und dann sehen Sie Künstliche Intelligenz 1. Das ist genau das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Wie funktionieren ADM-Systeme? Und dann haben wir ein paar juristische Veranstaltungen, aus denen Sie mindestens eine wählen müssen. Sie können aber auch alle drei besuchen. Was müssen Sie mitbringen? Was müssen Sie mitbringen, wenn Sie Interesse haben an TWZ oder am DGZ? Sie brauchen im Kern fünf Punkte. Fünf Punkte, die wichtig sind. Das erste habe ich schon gesagt, Sie müssen hier im Bayreuth Jura studieren. Weder Staatsexamen oder LLB. Sonst geht es nicht. Aber Sie zeigen sich ja schon interessiert dafür. Also gehe ich davon aus, dass Sie die erste Hürde meistern. Die zweite Hürde bin ich mir auch sicher, dass Sie sie meistern. Sonst wären Sie heute nicht hier. Sie sind neugierig. Sie wollen mehr wissen. Also meistern Sie auch die zweite Hürde. Die dritte Hürde ist vielleicht die allerwichtigste. Innovationsbereitschaft. Sind Sie bereit, etwas mehr zu tun, als die allermeisten deutschen Jurastudierenden? Das ist eine Frage, die Sie für sich selbst persönlich beantworten müssen. Mein Tipp ist, probieren Sie es. Probieren Sie es ein, zwei Semester. Wir werden gerade sehen, dass es völlig gefahrlos ist. Und wenn Sie feststellen, nein, das ist mir zu anstrengend. Oder es ist doch nicht so interessant. Oder es gefällt mir doch nicht so. Oder ich möchte doch ein bisschen mehr Freizeit haben. Oder ich möchte lieber Sport machen. Oder mich in der Fachschaft engagieren. Völlig in Ordnung. Innovationsbereitschaft bedeutet, keep an open mind. Try it. And if it fits, nice. And if it's not, you do something else. Also das ist das Zentrale. Seien Sie da neugierig. Innovationsbereits. Sich auf etwas Neues sein zu lassen. Aber zwingen Sie sich nicht dazu. Und dann haben Sie zwei Fragen. Und das sehen Sie, das ist nicht so überlappend, sondern angrenzend. Sie haben entweder ein Interesse an technischen Fragestellungen. Dann ist das TBZ für Sie interessant. Wenn Sie gesagt haben, Technik, das hat mich noch nie interessiert. Dann ist es nicht das Richtige für Sie. Aber dann ist Bayreuth trotzdem das Richtige, weil Sie das ja nicht müssen, sondern können. Oder wenn Sie ein Interesse an Digitalisierung haben. Wenn Sie einfach sehen, Digitalisierung, das ist vielleicht doch das große Thema unserer Zeit. Und ich würde vielleicht doch ganz gerne ein bisschen mehr davon wissen, damit ich später einfach mehr mitreden kann, wenn es um Gestaltung geht. Dann sind Sie im DIGIZEIT richtig, weil wir genau Ihnen diese Kompetenzen vermitteln. Was bringt Ihnen das? Das muss Ihnen ja klar sein. Zehn Veranstaltungen im TBZ. Sechs Veranstaltungen im DIGIZEIT. Zusätzlich zu den Jura-Veranstaltungen. Das bedeutet natürlich mehr Lernaufwand. Sie müssen Zeit investieren. Sie müssen Ressourcen investieren. Sie müssen vielleicht auch mal dann für die Klausurenphase kommen. Vielleicht noch mehr arbeiten. Das ist mehr Arbeit. Es muss also ganz klar einen Benefit für Sie haben. Der Benefit ist erstens natürlich, dass Sie Ihren Horizont erweitern. Aus der Sicht von jemandem, der wie ich an die Wissenschaft, in die Universität zurückgegangen ist, ist das ein zentraler intrinsisches Motiv. Das ist etwas, worum ich auch meinen Job mache. Ich liebe es, meinen Horizont zu erweitern und mehr zu lernen. Jetzt können Sie mir aber sagen, ja, das ist ja schön für Sie, Herr Grünberger, aber für mich muss auch wirklich was raussprengen. Ich muss dann doch auch ganz konkret was davon haben. Was habe ich denn davon? Ein Beispiel. Die DWZ haben wir schon seit einigen Jahren. Und nachdem wir die drei, vier Jahre hatten, bekam ich ein Schreiben von Bosch. Bosch ist ein ganz großes deutsches Unternehmen. Das kennen Sie alle, Zulieferer für die ganze Automobilindustrie und für viele andere Sachen. Bosch hat sich dann an mich gewandt und hat gesagt, sehr geehrter Herr Grünberger, wir haben gesehen, dass es bei Ihnen dieses TWZ gibt. Das ist sensationell. Wir suchen Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht schon ein bisschen als Anwalt gearbeitet haben, die jetzt zu uns ins Team kommen als Unternehmensjuristin. Das ist übrigens die typische Karriere für deutsche Unternehmensjuristen in diesem Bereich. In kleineren Unternehmen kommen Sie sehr häufig schon von der Uni zum Unternehmen. Aber bei diesen Unternehmen in dieser Liga ist es sehr häufig so, dass Sie erstmal in die Anwaltskanzlei gehen und von dort zu unternehmen. Und er hat mich gefragt, können Sie das bitte weiterleiten an Anwalt, Kolleginnen und Kollegen, die bei Ihnen studiert haben in Bayreuth Jura und die das TWZ gemacht haben. Das ist mir aufgefallen und solche Leute suchen wir. Und jetzt sehen Sie, was es Ihnen bringt. Es bringt Ihnen in der deutschen Unternehmenslandschaft, die nach wie vor, und das wird auch noch für absehbare Zeit so bleiben, gerade im Bereich Automobilindustrie, Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Anlagebau, das sind zentrale deutsche Industriezweige, die wir auch in der digitalen Welt weiterhin brauchen werden. In diesen Unternehmenszweigen bringt Ihnen das TWZ etwas, weil es Sie von allen anderen Juristudierenden abhält. Stellen Sie sich konkret vor, der Leiter der Rechtsabteilung hier des Unternehmens hat zehn Bewerbungen vor sich, alles von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten als Großkanzleien, alles treibt zwei, drei Jahre Berufserfahrung, alle im schönen Notenbereich, ja ist ja schön, und Sie haben das TWZ. Wen glauben Sie, wird er nehmen? Sie. Weil er weiß, das ist jemand, die sich schon einmal bereit gefunden hat und eingelassen hat auf diese Fragestellungen. Die kann mit meinem Team, vor allem mit dem Team der Entwickler in der Ingenieursabteilung, die kann mit denen reden. Also nehme ich die Rechtsanwältin R. Zweiter Fall, als wir mit dem DigiZ gestartet sind 2019, hat das in Deutschland für sehr großes Medienecho gesorgt. Die LTO, die Legal Tribune Online, das ist sowieso eine Online-Zeitschrift, die Sie jetzt als Jurastudierende, Interessierte regelmäßig lesen sollten, weil da wirklich ganz interessante Sachen drinstehen. Die hat hier darüber informiert, hat gesagt, das ist ja super, da habe ich mal was, wo ich, und das ist ein wichtiger Punkt hier, die Überschrift, Überschrift, da habe ich Sie ein bisschen daran angestopst, dass Sie so eine Überschrift machen. Sie können dann neben dem Jurastudium, was wichtig ist, was aber manchmal, auch das gestehe ich Ihnen, es gibt Phasen, wo Sie im Jurastudium nicht mehr total verliebt sein werden, wie am ersten Tag. So wie in jeder Beziehung. Ups and downs, es gibt diese Ups and downs. Und so wie in jeder Beziehung ist manchmal so ein kleiner, zumindest so ein kleiner Flirt ganz nett mit etwas anderem. Und das ist der Flirt, den Sie machen können mit etwas anderem. Sie flirten mit Informatik, Sie haben es mit anderen Leuten zu tun, Sie haben ein anderes Thema, Sie können tatsächlich mal was anderes machen und Sie zeichnen sich dadurch aus. Und das ist ein weiteres Beispiel, die neue Juristische Wochenschrift, das ist die wichtigste juristische Fachzeitschrift Deutschlands, die von allen gelesen wird, sowohl in Rechtsanwaltskanzleien wie auch in Unternehmen. Die haben über unser Programm berichtet und haben das genauso genannt, wie es geht, Algorithmen verstehen. Dass wir hier tatsächlich Ihnen Kompetenzen vermitteln wollen und die NJW, wenn Sie das anschauen, Kanzleien signalisieren Bedarf. Also die Rechtsanwaltskanzleien, die hier ganz nah dran sind, die wollen Absolventinnen haben, die in der Lage sind, die Probleme zu verstehen. Wenn Sie fragen, was bringt es Ihnen, dann muss man ganz klar darüber reden, was sind Pro und was sind Contra. Pro, Sie kriegen ein Zeugnis, ein Zertifikat, das von beiden Fakultäten unterschrieben wird. Fakultät 1 und Fakultät 3 in der DigiZ, Fakultät 6 und Fakultät 3, also meine Fakultät im TWZ. Das zeigt also, dass Sie hier Kompetenzen im interdisziplinären Austausch erworben haben. Es ist eine Zusatzqualifikation, die dazu führt, dass Sie sich von allen anderen Jurastudierenden und Absolventinnen abheben können. Das macht Sie interessanter. Es ist auch für das Jurastudium nicht ganz interessant, weil Sie dadurch eine Möglichkeit haben, das Studium und ein Semester zu verlängern und von denselben Vorteilen zu partizipieren, wie wenn Sie es nicht getan hätten. Sie können also ein Semester länger studieren, sich auf die Examensprüfung vorbereiten und haben genau dieselben Vorteile wie die Leute, die das nicht gemacht haben. Und, das ist vielleicht der Allerwichtigste, Sie sind die Speerspitze von morgen. Sie sind mit einem dieser beiden Studiengänge diejenigen, die sehen, ich habe die Herausforderung des modernen Juristen, der modernen Juristin von morgen erkannt. Es genügt nicht mehr, dass ich nur gut in Jura bin, sondern ich muss auch verstehen, was ich regulieren möchte, worüber ich entscheiden möchte. Das ist aus meiner Sicht vielleicht das Wichtigste. Dagegen spricht zusätzliche Belastung im Studium, das muss man klar sagen. Es ist mehr Arbeit, das kann man gut machen. Ein Zusatzstudium kriegt man völlig unproblematisch hin, wenn Sie ein bisschen diszipliniert sind. Zwei Zusatzstudiengänge, schwierig geht auch. Drei, wir haben ja TWZ, DIGIZ und WWZ, die wirtschaftswissenschaftliche Zusatzstudiengänge. Drei machen Sie bitte nicht. Das ist zu viel. Machen Sie nicht alles von den dreien. Zwei kann man machen. Es gibt auch mehrere Studierende, die das gemacht haben. Da würde ich Sie nicht davon abhalten. Da sollten Sie immer nur schauen, leidet das Jurastudium nicht darunter, dann geht das. Eines unserer drei Angebote ist hier durchaus sinnvoll und möglich und kann ich Ihnen empfehlen. Müssen Sie Vorkenntnisse haben im TWZ und im DIGIZ? Müssen Sie Computersprachen sprechen? Nein, müssen Sie nicht. Tun Sie das ist natürlich ein Asset, wie immer. Wenn Sie schon etwas können, fällt es Ihnen leichter. Aber Sie müssen keine technischen Vorkenntnisse haben. Sie sollten für beide Fächer in Mathe eine bestimmte solide Grundkenntnis haben. In der TWZ wird Ihnen hier das, was Sie da brauchen, auch noch im Rahmen der Vorlesungen beigebracht, im Rahmen von Übungen. Das ist in einer oder anderen Vorlesung ein bisschen ambitioniert. Da sollte man schauen, ob man die anderen gut hinkriegt. Und dann hat man auch ausreichend Anreiz für die letzte, wo es ein bisschen schwierig wird. Dasselbe eben mit Computersprachen. Python lernen Sie beispielsweise in der Einführung für die Informatik. Da wird Ihnen eine Computersprache beigebracht, damit Sie einfach sehen, wie das funktioniert. Sie müssen das nicht kennen. Kennen Sie schon etwas? Dann haben Sie natürlich einen großen Vorteil. Ich komme jetzt zur letzten Folie. Wann müssen Sie sich denn entscheiden? Noch einmal. Das ist ein Zusatzstudium. Parallel zum Staatsexamen oder zum LLB. Prüfung nach jeder Vorlesung. Dauer. Sie können das in zwei Semestern absolvieren. Rate ich Ihnen dringend davon ab. Machen Sie das bloß nicht. Sondern streuen Sie es wirklich auf Ihre Studiendauer. Wenn Sie LLB, Recht und Wirtschaft studieren, haben Sie sechs Semester Zeit. Dann sollten Sie sozusagen das ein bisschen aufteilen. 2, 2, 4. Möglicherweise 2, 2, 2, 2. Dass Sie hier tatsächlich eine sinnvolle Lösung finden. Wenn Sie dann Ihren Bachelor haben oder wenn Sie Ihr Staatsexamen dann haben, sollten Sie das Studium abgeschlossen haben. Ich beginne Ihnen im Winter schon damit anzufangen. Sie können im Winter auch mit beiden Zusatzstudiengängen beginnen. TWZ kann man auch im Sommer anfangen. Wenn Sie sagen, ja, da warte ich mir nochmal, ob ich mir das besitze, dann fangen Sie im Sommer damit an. Die DigiZ für diejenigen, die noch nie Informatik gehört haben, die können es wirklich nur im Wintersemester beginnen, weil da die Vorlesung Einführung stattfindet. Und die ist schon wichtig. Ohne die sollte man das nicht machen. Sie müssen sich für diesen Studiengang einschreiben, wenn Sie sich Interesse haben. Da gibt es Formulare. Da steht Studienfachänderung. Lassen Sie sich aber davon nicht erschrecken. Das ist keine Studienfachänderung, sondern Sie werden zusätzlich eingeschrieben. Wenn Sie daran Interesse haben, mein Tipp wäre, Sie kommen nach Bayreuth. Das ist sowieso meine Empfehlung. Sie schauen sich in den ersten zwei, drei Wochen das ein bisschen an. Wenn Ihnen da eine gefällt, gehen Sie in die Vorlesung, schreiben Sie sich ein in das Formular, damit wir sie haben, damit Sie Klausuren schreiben können, damit Sie im System sind. Und sollte sich herausstellen, dass es doch nicht das Richtige für Sie ist, dann lassen Sie es einfach bleiben. Es passiert Ihnen nichts, gar nichts. Sie können nur gewinnen und nichts verlieren. Das ist wirklich wie im, das ist sogar noch besser als im Lotto. Ich habe gestern Lotto gespielt, 6,60 Euro ausgegeben, 8,60 Euro gewonnen. Also 2 Euro hier wieder auf meinem Lotto-Guthaben gemacht, ist doch schön. Da kriegt man so eine E-Mail, Sie haben gewonnen und da weiß man schon, naja, das ist wieder mal ein Kleinbetrag. Aber immerhin, hier ist noch besser als Lotto, es kostet nichts und Sie gewinnen nur. Hier ein Überblick auf dieser Folie, wie das Studium beispielsweise im Wintersemester ausgesehen hat, letztes Jahr. Und so ähnlich wird es wieder im Wintersemester aussehen. Dann sehen Sie, dass Sie bestimmte Vorlesungen haben, wann die stattfinden. Die werden auch alles so geplant, dass Sie, wenn Sie im Erstsemester, im ersten Semester sind, dass Sie nicht mit Ihren Erstsemestervorlesungen den wichtigen überschneiden. Jura hat Vorrang, das ist die ganz klare Sprachregelung. Und dann basteln wir die anderen Vorlesungen so drum herum, was es uns in 85% der Fälle immer gelingt, beim TWZ sogar in 95% der Fälle, dass Sie wieder so rumbasteln, dass Sie also tatsächlich in der Lage sind, diese Vorlesungen zu besuchen. Das ist ein Beispiel dafür für das TWZ. Hier ist es ein Beispiel für das DIGIZ, das war ja letztes Jahr alles digital. Wir hoffen, dass wir in diesem Wintersemester und gerade in den Vorlesungen des TWZ kann ich Ihnen mit fast großer Sicherheit sagen, dass die in Präsenz stattfinden werden, weil es kleine Lehrveranstaltungen sind. Da sitzen Sie, 20, 30 Studierende sitzen drin, da kriegen wir wahrscheinlich die Hörsäle hin und das macht Spaß. Dann haben Sie hier die Möglichkeit in Präsenz mit den Kolleginnen und Kollegen das zu machen. Wenn Sie mehr Fragen haben, die Webseiten TWZ, DIGIZ einfach zu finden, die teilen Ihnen das mit. Wenn Sie noch mehr Fragen haben, finden Sie auf diesen Webseiten auch die E-Mail-Adresse an meinem Lehrstuhl und da werden wir Ihnen auch gerne die Fragen beantworten. Ich freue mich, Sie im Herbst in Bayreuth begrüßen zu können. Ich werde diese Vorstellung im Herbst noch einmal halten. Wenn Sie nach Bayreuth kommen und wenn Sie dann bei uns studieren, dann müssen Sie sich die noch einmal anhören. Aber ich freue mich natürlich, wenn Sie sie noch einmal anhören. Ich bedanke mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.